Jey! Herzlich zu kommen, Biruk! Fehl! Fehl der Woche mit Pina und Ina. Und wir haben ja doch mal übernommen, weil die Jungs... Sag mal, was ist denn hier los? Ja, ihr wart pinkeln. Raus aus unserer Sendung. Wer pinkeln verliert. So David, bei mir steht jetzt Community Game. Heroes of the Storm. Genau, Heroes of the Storm. Wir spielen jetzt mit euch. Das heißt, all diejenigen, ich weiß gar nicht, ich glaube die Redaktion hatte vorher Leute eingeladen. Wir hatten ja Keys verlost auf Facebook. Und diese Leute... Wie macht ihr einfach weiter? Zu spät, Herr Siegesmund! Viel zu spät! Die können nun mit uns... Können wir kurz hier auf die Kamera gehen? Oh man! Oh man! Die können mit uns schappielen. Und wir freuen uns darauf. Fabian, du hast das Spiel zum ersten Mal in der Vorbereitung gespielt. Ja, gerade draußen auf dem Klo. Auf dem Klo hast du auch gespielt? Ja. Wo ist denn jetzt mein... Wo ist denn mein Klopf... Klop... 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 Was kommt davon? Ja, es ist... Es muss halt... Es kommt davon, wer mein Pinkeln ist. Ach da! Jetzt... Was kam denn da aus deinem Geschlecht raus? Es hat halt wirklich... Ja, das ist halt wer lang hat, lässt lang hängen. So. Äh... So. Geht's schon los? Too much information! It goes... It goes weiter. Es tut mir leid, ich musste auch aufs Mädchen-Klo gehen, weil wir hier nur zwei Klos haben. So möge er dann bitte Heroes of the Storm starten. Wo ist denn das hier? Was ist denn das hier? Warum kriege ich hier Leute so Anfragen von? Was ist das? Ja, weil das die Leute aus unserer Freundesliste, die laden uns jetzt gerade fleißig ein, glaube ich. Ich lege jetzt hier einfach mal auf Spielen. Äh... Vorhin lief das noch. Ich bin wohl... Zwischenzeitlich habe ich mich ausgelockt. Ja. Dann, ähm... Ich hab's ja vorhin zum ersten Mal gespielt, aber... Und das ist typisch für Blizzard-Geschichten, die kriegen das ja immer wieder hin, egal was sie machen, die Spiele so zu bauen, dass man sofort reingezogen wird, sofort genau weiß, wie es funktioniert. Super immersiv. Ganz, ganz klasse. Es ist ja auch, das muss man dazu sagen, deutlich herunter, ich will nicht gedummte, aber eine vereinfachte Version von Dota 2, beziehungsweise League of Legends. Also hier kannst du keine Items kaufen, hier kannst du keine Items auch zusammenbasteln. In League of Legends Dota gibt's ja richtig Rezepte, die du dann im Verlauf des Spiels bauen kannst. Und die machen ja tatsächlich am Ende im Spiel meist sogar noch den größten Unterschied. Je mehr du killst, umso mehr, umso schneller gewinnst du an Levels, aber umso mehr Gold bekommst du auch und von dem kannst du dir dann die mächtigen Waffen kaufen. Das fehlt hier. Du hast hier keine Waffen im Spiel, keine Rezepte. Dafür gibt's so Events auf jeder Map. Und jetzt seit dieser Woche gibt's eine neue Map mit, ich glaub, die Grabkammer der Spinnenkönigin oder so heißt das Ding, wo man dann quasi Kristalle sammelt und wenn man die am Altar der Spinnenkönigin opfert, dann holt man die sich zur Unterstützung und die rennt dann zur Basis vom Gegner und sagt, ey, da hat die Kamera, ey, du, so nicht. Selber. 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 Ich werde dich ständig eingeladen, ich muss das leider ablehnen. Genau, denn wir möchten euch einladen. Wir legen jetzt mal los. Wir haben vorher Leute, Leute, haben wir gefragt. Ja, wir haben Leute gefragt und wir spielen jetzt nämlich hier die Grabkammer der Spinnenkönigin in Spielburg. Und jetzt lade ich mal den Herr von uns zu Siegesmund ein. Herr Herbert Bert. Und die, kommen Sie erstmal hier rein, Herr Siegesmund. Sie, ja, erstmal hier rein. Ja, ich kriege noch nicht Zeit. Wie ist das? Einladung ist da. Ich rede ums Dreck. Ah ja. Gut, dann spielen wir nämlich im selben und dann gehen wir mal von oben durch. Ist das jetzt so, dass wir auch theoretisch. Level 40, naja. Genau. Gegen irgendwie Level 40 Typen spielen können und der nutzt uns sofort um. Ich hoffe nicht. Dann nimm doch mal nur die Kleinen vielleicht. Nur die Kleinen? Nur die Kleinen. Oh, nur die Kleinen. Denkt denn niemand an die Kleinen. Ich nehme mal hier den Tivor Z, der hatte mich schon angeschrieben. Er möchte gerne mitspielen. Ich hoffe. Also die 40er kannst du bei uns ins Team reintun. Das kannst du gerne machen. Genau. Aber im Gegner-Team nur die Kleinen, bitte. Denkt denn niemand an die Kinder. Ja, wir haben ja gestern 30 Keys für die Beta auf unserer Facebook-Seite verschenkt. Und der Wolfsblut-Elf flüstert so lieb. Ich auch bitte. Wolfsblut-Elf. Wolfsblut-Elf. Was hast du für ein Level? Wenn du ein Kleiner bist. Der ist Level 23. Der kann... Ne, der kommt dann jetzt ins gegnerische Team. Ja, na gut. Wenn er so nett flüstert. Aber er flüstert zu mir. 20.000 Leute haben geflüstert. So. Ja, aber der kann das ja dann. Ich blicke jetzt gerade nicht mehr, wenn ich jetzt schon alles eingeladen habe. Ja, aber gut. Man sieht ja, drei Plätze sind noch. Drei Plätze sind Fry. 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 Da nehme ich die oberen beiden noch. Guck mal, der hat sogar schon so ein lustiges Gesicht. So wie ihr. So. Ach nicht. Jetzt müsste theoretisch gleich alle da sein. Oh, ist der schön hier. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ne, ich habe den jetzt eingeladen. Für die Horde. Den A-Cuts. Der Downhill-Star, der hat mich vorhin auch schon einladen wollen. So, dann können wir loslegen. Sehr gut. Hätte ich angenommen. Ich gehe jetzt mal aufs Spiel verlassen, ne? Warum kann ich nicht Spiel starten drücken? Ohne speichern. Solange nicht alle Spieler bestätigt haben. Ach so. Ich habe tatsächlich nichts. Wo kann ich denn hier was bestellen? Äh... Ah, jetzt. Genau, das meinte ich. Das ist so leicht, jeder versteht's. Mhm. So, jetzt haben ja gefühlt alle denselben Helden. Ne. Ich habe vorhin mal den Arthas gespielt. Den würde ich jetzt auch wieder spielen. Ja. Ähm... Ich glaube, für uns beide als quasi-Anfänger ist es am einfachsten, wenn wir äh... Fernkämpfer. Fernkämpfer erstmal nehmen. Ja. Ich muss jetzt... Aber ich finde, einer sollte nahe und einer fern sein. Ein anderer spielt diesen Held bereits. Okay, dann muss ich wohl eine andere wählen. Ach so. Ach was. Ich muss jetzt Kerrigan sein. Aber da hinten sind doch auch dreimal die gleichen. Irgendwie haben jetzt alle den gleichen Helden gefühlt, ja. Wollt ihr das so? Äh... Ihr kriegt jetzt noch eine kurze Gelegenheit, das zu ändern. Ähm... Ja, wir können das Spiel eh nicht starten, wenn... Ach so. Ich kann das Spiel nur starten, wenn... Ach so. Ich kann das Spiel nur starten, wenn... Ah, sieben von zehn sind bereit. Bitte alle, die dabei sind, bereit drücken. Äh... Nehmt Raynor. Der ist einfach, sagt er. Der Wolfsblut-Elch. Nee, den würde ich nicht nehmen. Der Wolfsblut-Elch. Der Wolfsblut-Elch. Das war gut. Kann das jemand Photoshoppen, bitte? Oh ja, ich würde so gerne ein Bild von einem Wolfsblut-Elch sehen. Ja, Raynor stimmt, der erschien mir auch leicht. Aber da ist ja der... Ja, hier der Arthas, mit dem hab ich halt echt gerne gespielt bei Warcraft-Dings. Ach, da ist ein Raynor, dann ist ja alles gut. Dann haben wir den ja auch mit dabei. So, jetzt müssen nur noch Valla und... Ne, also TVZ oder TVZ. Äh... Irgendwie ist es nicht möglich. Also, nicht jeder hat bereit geklickt. Also, es muss... Malfurion. Ja, das find ich halt geil, denn ich hab wirklich... Also, die Warcrafts dieser Welt, die hab ich sehr gerne gespielt. Und deshalb find ich das super, wenn die da mitspielen. Und der Arthas war halt auch irgendwie einer meiner Favoriten. Habt ihr Warcraft 3 gespielt? Ja! Bis zum Erbrechen. Arbeit, Arbeit. Ja, ja, ich hab das teilweise so lang irgendwie auch auf Ladder gespielt. Also, kompetitiv, dass ich... Das hat mich zwei Semester gekostet. Hat mich zwei Semester gekostet. Und ich hatte immer schon dieses Klingeln einmal von der Musik, von dem Ladebildschirm und wie diese Ketten dann immer so reinfuhren. Oh ja. Boah, das hatte ich so dann... Voll gut. Sehr süchtig. Ich hab immer Türmchen gebaut. So was... So ein Tauern. So, ich seh gerade. Tauern die Fans. So geil. Äh... So, neun von zehn sind breit. Breit? Breit. Ich seh gerade, ich schreibe immer nur einem. Achso. Achso, ich... Die kann ich denn... Dann mach ich mal hier. Achso, in der Lobby. Ready. One player left. Ready up. Ach, ist das immer ätzend. Bereit. Bereit. Bereit klicken. Ja, bereit. Bereit. Ach komm. Ihr Ungläubigen. Einer von euch hat noch nicht bereit geklickt. Wenn er das nicht tut, dann stehen wir hier rum. Stehen wir alle da. Äh... Unten unter dem Helden. Oh, da ist jemand... Da hat jemand noch gar nicht gespielt. Shakujak. Unten unter deinem Helden gibst dir die Schaltfläche bereit. Oh nein, Shakujak ist bei uns im Team. Na gut. Bitte, 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 bitte klicken. Genau. Guckst du... Guckst du unten? Guckst du. So. Unten. Ansonsten müssen wir die Person leider kicken, die noch nicht bereit... Kannst du kicken? Ich kann nur leider gar nicht einsehen, wer das ist. Äh... Ja, wenn Shakujak sagt, das steht bei ihm nicht. Aber dann hat er im Zweifel schon draufgeklickt. Wie kann ich denn dieses assige Chatfeld hier wegmachen? Alter, das nervt mich. Da hinten dieser Shakujak. Na, der schrieb gerade, bei mir wird das nicht angezeigt. Hm. Das Problem ist, dass ich keinen anderen Champ nehmen kann. Wieso kannst du keinen anderen Champ nehmen? Haben wir... Es sind doch schon noch paar im Spiel. Ja, er muss... Er... Shakujak... Ach so, weil er nie einen anderen gespielt hat. Ja, das ist aber doch nur for the lols hier. Nimmst du halt irgendwie anders. Trau dich! Es geht sonst anders nicht. Entweder wird es ja witzig oder... Es wird witzig. Es wird immer witzig. Mach einfach. Klick irgendjemanden an, den noch keiner hat im Team. Sonst wird das eine sehr langweilige Community-Spielnummer. Aber die Mädchen können in der Zeit noch was singen. Yay! Genau. Er versucht es einfach mal. Sehr schön. Ja, that's the spirit. Guck mal, der sieht doch geil aus. So ein dicker Käfer. Jetzt musstest du auch bereit klicken können. Hervorragend. Oh, super. Gut gemacht. Yay! Wenn wir noch ein Ton... Nee, brauchen wir ein Tönchen. Tönchen? Ein Tönchen? Ich brauche kein Tönchen. Uns schrieb der Wolfsblut gerade, er stampft uns ein. Aha. Gut. Ja. Fang bitte mit Chakujak an. Mit dem dicken Käfer. Weißt du... Also ich habe es auch schon ein bisschen gespielt. Das heißt, ich habe in der Vorbereitung jetzt zwei Helden mal ausprobiert. Das heißt, du stampfst ihn jetzt ein. Ja, klar. Aber dein Männlein ist ja trotzdem nur Level 1 oder 2 oder was? Das wäre natürlich wirklich doof, wenn man, wie so oft, mit eben höheren Levels da jetzt auch gleich stärker rein startet. Ja, wobei, das bringt dir in dieses Spiel, glaube ich, nichts. Also du kannst mit höheren Levels schaltest du ja nichts frei. Also du kannst zwar einen zweiten Ultimate freischalten und mehr Möglichkeiten, deine Skills zu verbessern. Also du hast ja gesehen, du kannst dann Talente unterschiedlich auswählen. Und ich glaube, bei Level 4 oder Level 5 des Helden hast du dann mehr Auswahlmöglichkeiten. Aber das verbessert jetzt nicht das so dramatisch, dass du einen unglaublichen Vorteil hast. Das würde ich ja ehrlich gesagt von Blizzard auch erwarten, denn wenn die irgendwas können, dann ist es halt Spielmechanik und Balance. Ist aber bei Dota 2 und bei League of Legends exakt genauso. Also du machst da, du kannst bei League of Legends kriegst du Runen dazu, die dann tatsächlich deinen Helden auch verstärken. aber auch da ist es so, am Ende zählt der Skill, den du an den Tag legst im Spiel. Dann haben wir schon verloren. Das ist das Gute an diesem Spiel, das mag ich auch sehr. Oh, warte wie es. So, ja. Maunz! 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 Na gut, das sieht ja eh jeder. So, wo bist du? Mein Kinderprinz. Ich würde sagen, wo bist du? Ich bin in der Müde. Du bist in der Müde? Dann komme ich auch. Dann gehen wir beide Mitte. Muss man diese Tür irgendwie aufmachen oder gibt es noch einen Cool? Ach, da oben ist ein Cool da. Genau. Gut, dann machen wir hier die Mitte. Und wer ist oben? Ach, man kann ja auch die... Das habe ich vorhin schon gelernt. Man kann die Kamera vom eigenen Charakter lösen. Juli Schuh ist gut. Der Erste hat schon das Spiel verlassen. Schön! Jetzt ist er wieder dabei. Da hat man offensichtlich... Tvz, vielleicht könntest du auf eine andere Lane gehen, sonst sind wir hier zu dritt. Sonst muss ich leider runter. Oder hoch. Nein, bleib bei mir! So, okay. Ach shit, runter geh ich ja kaputt. Du rennst schon hier zum Tower, hervorragend. Oh, da kommt schon der Erste. Bäscht sie weg, Jungs! Ja, das wir versuchen ja. Immer drauf da! Dann habe ich jetzt auf die Zahlen geklickt. Okay, Tvz ist hier noch. Dann gehe ich jetzt mal runter. Das ist jetzt die erste Kriege. Boah, lauf nicht weg. Ich kämpfe hier mit Sachen. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen doof, dass der Tvz... Jetzt mal kurz auf selber. Dann habe ich hier diese Steinchen einsammeln. Und den Geilen habe ich schon. Da läuft doch noch einer. Oh, jetzt habe ich schon was geklickt. Komm da! Töte ihn! Ja, Reichweite reicht nicht. Komm schon, drück da. Jetzt habe ich keinen Manner mehr. Jetzt muss ich abhauen. Ich habe Manner. Ah, stimmt! Das musst du erklären, wer Manner ist. Ich habe einen Hund, der heißt Manner. Ein kleiner Helfer. Ach du, ein Hund? Ja, ich verstehe. Wenn jemand sagt, ich bin oben, dann kann ich sagen, hier. Ja, erste Blut. First Blood, sage ich da. Und habe ich das jetzt gerade gemacht? Äh, ja. Oh, fuck, 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 fuck. So, ich komme jetzt noch mal zu dir. Wo bist du? Ist du oben? Ja, wir sind unten beide. Ich und Shakujak, der, der eigentlich noch gar keine Erfahrung hatte. Ja, komm ich da mal mit. Ach, ich kann hier in der Zeit auch, kann ich diese Steinchen abgeben. Und damit dann hoffentlich die Spinnenkönigin irgendwann auf unsere Seite ziehen. Das dauert halt immer so ein bisschen. Ich liebe das ja, wenn ich halt so offensichtlich... Äh, du, es macht wenig Sinn. Also wir kriegen alle wenige Erfahrungspunkte. Zumindest ist es in Dota und in League of Legends so, wenn wir zu dritt auf die Seite... Okay, aber hier kommt ja so ein dickes Viech. Ja, das ist der Anubarak. Gut, ich habe ein Talent verfügbar. Jetzt kann ich mir also neue Fähigkeiten, zusätzliche Fähigkeiten... Oh, du kannst gehen. Na gut, gehe ich halt nach oben. Wechsel nicht zu viel auf den Lanes, sonst kriegst du in dieser Zeit keine Erfahrungspunkte. Komm drauf an den Großen. Ich versuche es ja. Aber irgendwie... Ah, lauf! Lauf! Warum habe ich denn... Wo sind denn meine Creeps? So, hier, komm. Rücken wir, dann helfen wir nochmal. So, schön die Kerrigan gestand habe ich sie. Schön gestand. So, jetzt ist TVZ-T, dann komme ich jetzt hoch zu dir, weil TVZ ist hier unten. Ich gebe mal... Neu-Stuffel! Neu-Stuffel! Lass mich in Ruhe! Level up! Ich glaube, ich gehe nochmal kurz nach Hause und heil mich mal. Heils dich! Benutze meinen Ruhestein. Und äh... Lass die anderen mal kämpfen. Lass die anderen mal kämpfen, ja. Die regeln das schon. In der Zeit kann ich mir nämlich auch noch ein Talent aussuchen. Ich will weniger Schaden von den gegnerischen Helden bekommen. Das ist gut. Wo bist du? In welcher Lane? David? Ich bin in der Mitte jetzt gerade. Mitte, komm ich jetzt. Da soll ich jetzt aber nicht hin? Doch. Okay, er ist weg. Doch, doch. Wir sind jetzt allein hier. Ich möchte ja bei dir rumlaufen. TVZ ist alleine. Ist weg. Ich steig ab. Da ist er. Dann hau ihn mal weg. 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 Leider alles falsch. So, hier euch fehlen alle einen. Neu-Stuffel! Wahnsinn. Da ist der Siegesmond. Da hinten kommt er. Siegesmond goes off. Gibst du ab, Steinchen? Du hast ja ganz viele. Gib die mal ab. Ich geb auch ab. Ja. Gib's auch ab? Ja. Dann lass mal abgeben. Oh, da kommt einer. Lümmel. Nein. Ich fliehe hier ein. Und jetzt kriegt er nochmal einen extra Schaden. Jawoll! Nice. Das war wieder... Das war der Wolfsblutelch. Aha. Einstampfen. Verstehe. Wolfsblutelch. So, komm wir jetzt gleich hier. Neue Stufel! Krieg ich da jetzt auch ein neues Talent? Ne, ich bin eh relativ talentfrei. Boah, was? Wieso hab ich meine... Ja, ich Idiot. Setz meine Skills falsch. Ja, ich... So, diese Bubbles in uns aufheben. Weil da kriegen wir Erfahrungspoints. Erfahrungspoints. Verstehe. Ja. Klug. Ich hol mir aber nochmal Mana. Das hab ich schon gelernt, wenn ich zurückläuft. Wie, du halt immer wegläuft. Ja, hier kann ich mir Mana holen. Guck doch mal, wie klug das jetzt war. Ich glaube, du regenerierst doch so viel. Regeniere? So, so. Ich weiß nicht. Wolfsblut ist zurück, um uns einzustampfen. Jetzt sind wir alle hier in der Mitte. Ja, zu dritt. Das ist klug. Ich wechsle mal runter. Du musst mir sagen, du gingst. Ich möchte immer mit dir umlaufen. Gut, dann geh ich jetzt runter. Ich komm mit. Sieg hi forever. Ja. Ach so. Ah ja? Ja. Sehr gut. Komm, 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 komm. Das war schon ein exzellentes Teamwork. Ja, aber leider zu schnell. Warte doch, jetzt den kriege ich ihn gleich. Ah, komm mal. Cool down. Fuck. Ja. N1 sag ich da. N1. Sagt das noch jemand? Ja. Nice one. Jawohl, wie ne neue Stufe. So, komm her. Wo soll ich denn hinkommen? Nein, ich will hier den Gegner. Huh? Äh, ihr kriegt auch irgendwas gegen. Nee, eh. Wo läufst du hin? Oh, der Wolfsblutelch. Aber jetzt hier haben wir unsere Freunde dabei. Oh, jetzt sind aber auch ganz viele. Da hüpfen sie immer alle hoch. Einführen. Hack. 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 Was ist denn da los? Der Krebsch? Ja, der hat mich gestunnt oder sonst was. Ich hab eine Frage. Ja? Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Sobald die Basis des Gegners irgendwie eingenommen ist. Das kann hier jetzt auch eine Weile dauern. Ich hoffe, die Regie tut uns nicht den Saft abdrehen. Ich nicht. So, ich muss mal wieder weg. Weg zum Tower. Gibt es vorne böse Auer, gehst du lieber weg zum Tower. Ah. Ist ein schön beliebter Spruch. Oh, der ist gut. Herr Bier. Hau auf. Jetzt sind alle auf einer Lane. Jetzt verzieh dich lieber. Herr Sigismund. Jawohl, ich verzieh dich. Ich hol mir nochmal Mana, auch wenn die Wiener wieder schimpfen. Rücktritt. Rücktritt ist die beste Entscheidung in diesem Moment. Wir, äh. Ich versuch mal jemanden. Ja, den holen wir uns jetzt zum Turm. Sehr gut. Dann kriegt er nämlich schönen Damarsch. Ah, es läuft weg. Damarsch? Ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ah, ich bin gestorben. Nein. Oh, ich auch nicht. Ich auch nicht. Nein. Ja, ich glaube. Oh, no. Fuck, 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 fuck. Blutrausch. Ist da oben der Kill-Count? Steht das 8 für uns und 9 für die? Ich hab keine Ahnung. Hm. Doch, ich glaube, das ist mit dem Fall gewesen. Ja, wahrscheinlich. So, da bin ich wieder. Schöner als je zuvor. Außerdem habe ich jetzt ein neues Talent. Hattest du eigentlich eine Frage, Sina? Ah ja. Ich kann mich bei dem Spiel halt überhaupt nicht konzentrieren. Achso, ja. Die hast du nicht mal antworten. Heilig billig. Weil die Runde zu Ende ist. Ah. Ja, gut. Dankeschön. Ja, deswegen kann ich kein Let's Player sein. Ah, das ist der Kill-Count. Oh, Lameos schreibt gerade, das ist der Kill-Count. Ja, deswegen bin ich da auch echt nicht der Richtige. Ah, ich will ja auch von... Komm, jetzt den holen wir uns ran hier. Ah, wieso denn? Wieso? Aber warum nur? Wieso? Dann das holen. Why? So, ich... Ah, vorbeigefroren. Shit. Vorbeigefroren. Ja, ja. Den Falten... Gefrostet. Ich seh grad, den Falten gefrostet. Oh, basiert los. Oh, die Handkanone. Verzieh dich mal lieber. Ja, ich glaub auch. Aber ich hol jetzt die Spinnen-Troller. Kommt der da an mit seinem... Was ist denn das hier? Kommt der durchs Raumschiff geflogen? Ist das von dem Raider? Kommt der Mann, alles kaputt? Glaubt der das? Dina, tu doch mal was. Ärgerlich, ärgerlich. Was ist denn ärgerlich? Was kommt der da jetzt? An! Ach, das ist die Spinnenkönigin. Ich hab sie gerufen. You are the greatest. The greatest. Ich bin the greatest. Geil. Neustufe. Pass auf, der ist nicht von uns. Da ist ja einer. Miko Dingsbums ist nicht von uns. Oh, ich schneide. Die wurde bestimmt umgestylt. Ach, die Schlangenkönigin, der Spinnenkönigin. So viel hat die aber nicht mehr. Neues Talent. Armee der Toten. Ja, aber mach die nicht gleich, das ist dein Ultimate. Und das kann ich wie oft? Äh, nicht so oft. Ach so. Ah, verständlich. Unten brennt jetzt grad die Sulze, da gehen wir mal hin. Was? Da brennt die Sulze. Die Sulze brennt. Ich geb mir vielleicht mal ab oder bringt das was jetzt? Was gibst du ab? Ach, da ist ja noch so viel. Ja, ne, die kommen auf allen Lanes. Wir haben genügend abgegeben und deswegen... Komm, jetzt machen wir hier unten die Türchen kaputt. Ja. Die machen wir jetzt kaputt. Bäm. Wir renovieren. Ja. Oh ja. Klicki, klicki. Klicki, klicki, klicki. Klicki, klickiii. Mach ihn kieseln. Ne, kiesel ihn. Pass auf von hinten. Ja. Steh drauf. Wieso, wir sind zu zweit? Nee. Wir sind sogar zu dritt, wir Idioten. Oh, jetzt laufen wir weg. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Segen gar nicht. Los, los, los. Oh, und wer ist der? Ja, da kommt er wieder. Er kommt wieder, er kommt wieder. Er bleibt in die Range vom Tower. Ach, scheiße. Aber wenn er wiederkommt, dann kann ich ihn hier anschießen. Jetzt versuchen wir. Jetzt, komm, den holen wir uns. Ah, nein. Oh nein. Ah. Wie kam er's? Hottelie. Jetzt ist es gerade, der etwas wird. Ich mach kurz den Tauchenturm noch kaputt. Ach nein, ey. Wieso rennt er denn in die falsche Richtung? Ich hake euch alle klein. Oh, da ist noch so ein Turm. Komm, rauf an ihn. Wir haben immer noch einen Punkt Vorsprung. Ja, dafür gehen wir jetzt zu denen nach Hause. Mann, alles. Kurz und klein, da läuft einer. Ah, shit. Also jetzt, ja, ich bin gestumpt. Oder sowas. Komm schon. Dann auf den Turm weg. Bam. Ach, die sind ja alle gar nicht von uns. Was ist das da? Los, kommt mal helfen hier. Was ist denn das? Hier sind nur irgendwelche Gegner. Die müssen sich auch noch weghälen. Wo sind denn da Gegner? Wir reden über die, 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 die Großen. Die, die wirklich Aua machen. Über die reden wir gerade. Die anderen halt. Ja, das war doch auch noch so, Öffi. Ach, jetzt guck mal hier. Ja, ey, sag mal. Warte, ich stoppe eben. Und warte mal. Habe ich stehen? Guck mal hier, die ist doch gleich down. Hier, jetzt kriegt sie hier noch sowas hinterher. Ja, dann mach sie mal platt jetzt hier. Ja, ich versuch's ja. Oh, 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 oh. Ich hab leider keine Fähigkeiten mehr. Oh, 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 oh. Und jetzt bin ich gestorben, wo bin ich stehen gestorben? Das war doch völlig anders geplant. Oh, weia, ey. Aber das ist doch, das ist ja peinlich. Somewhere something went terrible. Ja, guck mal, aber wir haben doch, was wir da unten schon alles weggefressen haben. Ja, aber das hilft nichts. Ach, die haben wir noch viel mehr weggefressen. Wenn die uns dezimieren, bringt uns das gar nichts. Hm. Wann komm ich denn wieder? Ich würde gerne wiederkommen. Dann komm weiter. Ja, so, jetzt ist er weg. Ich aber auch. Aber ich sehe das richtig da in der Karte, dass wir da die Türme sehen und dass die unsere Lanes alle schon kaputt gemacht haben. Oh, ich habe sechs Kills. Damit fühl ich in unserem Team. Ja, ja. Könnt ihr trotzdem mal zuhören. So, wo lauf ich jetzt hin? Wo bist du? Ach, du bist du. Ich bin noch tot, weil du vorher gestorben bist und dich nicht in meine Schussliebanen geschnitten hast. Ich bin immerhin der Nahkämpfer. Ist voll schwer. Ich hab auch einen Nahkämpfer. Hm. 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 Wir sollen gewinnen, weil wir müssen zum Ende kommen. Jetzt krieg ich hier wieder. Kommt der wieder mit seinem. Darf ich ja wenigstens am Schluss noch mal. Der Leidstimmen kann noch so lange gehen, wie er will. Meine Armee der Toten anmachen. Wir fragen jetzt mal die Community. Community, was sagt ihr dazu? Was ist das denn? Sollen wir aufhören? Nein. Spielt das Spiel zu Ende. Wir wollen, dass ihr holt. Wenn die Community das sagt. Oh, da ist jemand. Komm, den holen wir uns. Keine Ahnung, was das ist. Holt euch das Ding jetzt. So. Komm her jetzt. Der läuft ja immer weg. Ach, komm schon. So, Armee der Toten jetzt. Aber auch so gut wie. Leise. Leise. Weih, gehen die ab. Gewagt. So. Ah, jetzt kommt der wieder angeschissen. Ohne Sound ist das echt unspektakulär. Wir können ja synchronisieren. Singt, singt. Armee der Toten tötet ihr alle. Werden wir für Tote. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Nice. Nice. Die Leute hören aber, oder? Die Leute hören was. Ja, ich glaube, die hören was. Ja, ja, die hören. Oh, Entschuldigung. Ach ja. Wo bist denn du eigentlich mittlerweile? Hier oben. In der obersten Läne. Immer läuft der alleine rum. Ohne mir was zu sagen. Ich nehme das langsam persönlich. Ja. Nicht persönlich nebenbei. So, das heißt, wie ist denn jetzt der Plan? Wie können wir jetzt innerhalb der nächsten drei Minuten gewinnen? Ja, gar nicht. Ach, seid ihr nicht so negativ? Bam. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Der ist viel stärker als ich. Ich gehe nach Hause. Au, au, au. Wir hören etwas. Ah, wir haben Turonen. Ja, der Wahnsinn. Jetzt gewinnen wir natürlich. Oh, Alter, das macht einen Schaden hier, ey. Lol. Hast du gerade Lol gesagt? Jetzt kommt er wieder mit seinem Armschiff. Wie oft kann der das denn machen? Das ist ja der Wahnsinn. Na. Hier kommt auch noch so einer. Ich glaube, so alle 120 Minuten, Sekunden. Jetzt tötet er mich. Jetzt tötet er mich. Er tötet mich ganz schrecklich. Au. Oh, aber da lagen Blümchen, als ich gestorben bin. Ich glaube, das waren nicht meine Blümchen. So, komm, jetzt hier. Euer Feind ist meiner Macht würdig. Stählt euch. Sagt der. So spitzig. Ja, das ist nicht so gütig, äh, günstig. Was ist nicht günstig? Günstig, ja. Weil unser... Das ist auch nicht günstig, was wir gerade machen. Du musst mehr klicken. David klickt auch viel mehr als du. Das stimmt. Der klickt, der klickt. So, jetzt sind sie ja gleich in der Base. Fabian, vielleicht kommst du mal mit. Klickspare? Nö. Na gut. Ja, ich bin doch tot. Nö. So, jetzt werdet ihr mal sehen, wie krass ich klicke. Hier wird alles weggekippt. Ja, Mann! Genau! Fabian! Und hier, dann nimmer mit. Na los! Klick! Los! Siggi klickt! Siggi klickt! Ja. Klickt, Siggi! Ja, mehr, Mädel, Toten, mehr! Klickt die Scheiße raus aus dem! Hier, sterbt alle! Sterbt alle! Du klickst nicht mehr! Ich klicke nicht mehr! Entschuldigung! Klick! Ja! Du Sau! Krass, 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 krass. Ich klicke gar nicht mehr durch. Was ist denn jetzt? Lauf! Lauf! Rhythm is my perfection! Los! Wir holen uns! Na los! Ja. Was ist denn das hier? Das ist doch so eine falsche. Neustufe! Für alle! Ein neues Talent! Oh, was? Nein! Weil ihr da hintenrum steht in der Base! Ich hol gerade neue Talente! Das ist voll wichtig! Neue Talente! Darum geht's doch auf YouTube! Um neue Talente! Ahhhh! Was ist denn los? Du hast ein Bootcamp bei dir in deinem eigenen Helden errichtet. Allgemeine Panik! Wo sind jetzt alle da unten? Ja! Da! Der Elch! Jetzt krieg ich ihn! Jetzt kommt der wieder mit dem Arabischen Faden! Klapp nochmal! Eigentlich ist es ein Elf, oder? Ja, ja! Für mich wird der immer ein Elch sein! Klick! 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 Alles der Falsche! Nur klicken bringt nichts! Doch, guck mal hier, wie ich klicke! Wie sie alle sterben? Ich sterbe überhaupt nicht! Du sollst nicht die normalen Gegner angreifen! Ich kann das alles nicht auseinanderhalten! Verdammt nochmal! Die Großen mit den Großen! Die Großen mit den Großen! Ja, ja! Was soll mir das denn helfen, bitte? So, jetzt sterbe ich doch wieder! Guck, guck! Ihr seid schuld! Die Großen mit den Großen! Oh! So, du musst das jetzt reißen! Ja, ich reiße das alleine! Warte! Warte, ich reiß das! Ja! Hier, Atombombe! Machen wir Atombombe frei! Das heißt, wenn hier die Säule mit dem Hund kaputt geht, dann haben wir verloren, oder was? Oh! Ja, ja, ja! Ja! Ja, mein Fokussinger war doch gut! So! Ja, nice! Du bist du denn! Ich kann das alles nicht... Aber ich habe das Gefühl, so blöd ist das Spiel an sich gar nicht! Also es ist zumindest nicht so blöd wie ich! Vielleicht sollte ich das tatsächlich ab und zu mal spielen! Haben wir noch einen Key über? Äh, bestimmt! Also ich habe gestern gelesen, ein Key-Shop kostet das Ding wohl gerade mal... Ja, das sieht nicht gut aus für uns! Ein Key-Shop? So, was ist denn das da oben? Was ist das für eine Taste? Ich drücke jetzt einfach mal... Ah, ich muss mehr klicken! Hier, stoppt und wer! Gegner getötet! Da, geht doch! Wenn ich richtig klicke, dann geht das auch! Ja, wieso macht er das denn nicht? Jetzt lauf! Da unten! Ich schieße zu kurz! Jetzt haben wir ihn! Vielleicht! Ja, guckt, wie ich den wieder getötet habe! Guck mal hier! Den habe ich getötete kurz! Stimmt überhaupt nicht! Ich habe ihn noch gerade gesloat! Der slowt nicht! Ist raus! Jetzt! Vorrang! Rainer ist raus! Sehr gut! Jetzt gehen wir mal hoch! Da stehen sie nämlich in der Base, aber ich glaube, es ist eh gleich vorbei! Dann kriegt auch Markus seinen Willen! Guck mal, jetzt sind drei gerade tot! Jetzt müssen wir doch irgendwie hingehen! Wo bist denn du? Ja, wollen wir pushen? Ja, natürlich! Dann lass mal auf der Mittellane pushen! Lass mal Mittellane pushen! Mittellane pushen, geil! Warte ich schon den ganzen Tag drauf! Ihr schafft das! Ich bin ganz alleine hier vorne! Push doch mal Mittellane, ey! Ja, push doch mal, Fabian! Wo bist du denn? Ja, in der Mittellane! Ich pushe da! Ja, dann pusht du gar nicht, weil du musst nämlich auf die Creeps warten! Das macht es doch nicht so kompliziert! Jetzt push doch einfach! Nö, ein bisschen Mittellane pushen, bitte! Das ist schwierig! Ja, das kann ich auch, du! Sau! Putter! Ach! Du bist überhaupt nicht, wo du bist! Hier, hier fährst du was! Ist das denn da? Ach nee! David! Weg da! David, Lowlife! Lowlife! Ja, komm, jetzt mach ich die hier plant! Da! Ja, Kerrigan! 19, 20 nur noch! Also mich hat sie fast auseinandergenommen, aber da war mein Team natürlich! Ja, und dann sagt doch, wer dann da war! Ja, nur Fabian Siegesangt! Ja! Kann man ruhig auch mal so sagen! Die stehen übrigens gleich wieder bei uns in der Base! Also da könnt ihr schön pushen! Sollen wir jetzt wieder zurückkommen oder was? Soll ich aufhören mit pushen? Du musst mir schon mal klare Ansagen! Die anderen sagen gerade, pushen! Aber dadurch, dass oben in der Top-Lane schon die Gegner warten, macht es keinen Sinn zu pushen! Ja, dann komm mal in die Pushen halt! So, dann lauf ich halt jetzt zurück! Und dann hör ich eben auf zu pushen! Ah, ja komm! Das hätt ich nicht, das halt ich ruhig mir noch! Wo bist denn du? David ist zwei! Jawohl! Boah! So! Stoppt! So, hier ist wieder frei, dann können wir in der Mitte pushen! Oh, jetzt will er wieder in der Mitte! Ist doch nicht auszuhalten! Ja, so läuft dieses Spiel! Auweia! Aber der Elch nimmt mir den Elch übel! Das tut mir leid! Au, 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 au! Das tut mir leid! Das tut mir leid! Au, 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 au! Genau reingelaufen auch ins Raumschiff! Schön! Oh, ich sterbe so! Ins orbitale Feuer! Oh, ich sterbe so hart! Ja, lauf doch nicht rein! Ich lauf ja nicht rein! Ich pushe, Mensch! Mit in der Mitte! Ja, push mal in der Mitte jetzt! Ja, sich hinten pushen oder was? Nein! Von behind! Ach, übrigens, ein hervorragender Kanal! Möchte ich jetzt mal so sagen! Was denn? Battle Bros! Das stimmt! Ah, mehr Ghule! Mehr Ghule! Dabei hätte ich jetzt eigentlich... Jetzt hätte ich gerne den Drachen! Denn Ghule sind scheiße! 45 Sekunden Pause! Seid ihr des Wahnsinns! So lange kann doch... Guckt sich das doch keiner an! Aber ich glaube, der Markus lässt jetzt einfach laufen! Weil hier unser Anubis-Hund... Schon ganz schön auf die... Aua, 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 aua! Ja, scheiße! Ja, Kerrigan hat leider dieselben Skills wie ich! Also keine! Aber 16 Kills, damit bin ich Killleader hier in der Runde! Wo sieht man denn das überhaupt? Äh, wenn du auf Tab drückst! Tab drücken ist ja verrückt! Und du hast neun! Du hast immerhin neun Kills! Nice! Wobei, ich glaube, hier zählen auch die Assists, weil ich hab keine 16 Kills gemacht! Ach, das bin ja ich! Aber da haben wir beide die meisten... Achso, ne, da unten ist auch immer einer mit zwölf, mit elf und noch mal mit zwölf und noch mal mit zehn! Ja, also Shakujak hat zwölf Kills dafür, dass er den Charakter noch nicht gespielt hat, macht er das sehr gut! Möchte ich loben? Äh, Lob! Lob! Ja, Lob und Anerkennung in verschärfter Form! Ähm... Ich glaube, das macht überhaupt gar nix! Ja, ist gleich eh! Der Tower ist gleich down! Jetzt kann man nur noch Kills! Doch, hier! Einen will ich hier noch killen! Jetzt Armee der Toten! Man kann die Schmach nur noch verringern, indem man ganz viele Kills sammelt! Ja! Ihr freuchtet noch zwei! Was ist denn das jetzt? Jetzt muss ich da drüber heilen! Achso! Da kann ich einen Ghul opfern! Das hab ich vorher immer gemacht! Schade! Das machte da natürlich keinen Sinn! Ah, jetzt macht's Sinn! Heil mich! Ghul! Äh, ja! 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 Diese Ghule! Mit denen kann man auch nichts mehr anfangen, dieser Tage! Nee, die sind... Ah! Ich hab aber in Warcraft 3 hab ich am liebsten die Untoten gespielt! Ähm... Mit einem Ghul! Oh! Da haben wir dann mal verloren! Oh! Sie geklickt! Sie geklickt, aber wird dann am Ende doch gefickt! Schade! Niederlage! Schade! Aber trotzdem eine sehr schöne Runde! Shakujak ist ein Mädchen! Äh, Entschuldigung Shakujak! Ähm... Dafür, dass du ein Mädchen bist... Damit konnte ja keiner rechnen, das hier auch mal Mädchen zu schauen! Ja! Das stimmt! Ähm... Das hat Spaß gemacht! Das hat... Ja! Wir sollten die nächste Folge nur Heroes of the Storm spielen! Du nimmst dann aber vorher! Klick der auf die kleinen Figuren die ganze Zeit! Was ist das denn? Die Held denn musst du platt machen! Ja! Du bist mein einziger Held! So! Shakujak hat eine Kill-Death-Ratio von 13! 13 zu 1! Ich habe 16 zu 3! Aber 13 zu 1 ist besser! Ja, ist besser! Ist sowieso die allerbeste! Shakujak! Ja, Wahnsinn! Shakujak! Props an dich! Lob und Anerkennung in verschärfter Form! In verschärfter Form! Möchte ich da sagen! Sehr gut! Damit sind wir durch mit dem Scheiß hier! Können wir endlich nach Hause gehen und die YouTube-Kohle einstreichen! Genau! Aber wir sind natürlich nächste Woche wieder für euch da! Dann aber ein bisschen anders! Dann ziehen wir nämlich um auf den Donnerstag! Donnerstag 18 Uhr! Genau! Denn natürlich haben wir das gehört, dass ihr sagt, Freitag ist ja voll blöd! Und insbesondere 17 Uhr und dann noch die Überschneidung mit dem Gronk Stream! Und wir wollen natürlich nicht, dass ihr euch entscheiden müsst, schauen wir lieber LPT oder schauen wir lieber Gronk! Ihr sollt gefälligst beides gucken dürfen! Und deshalb ziehen wir nächste Woche um auf den Donnerstag! Insbesondere, weil der Freitag dann ja Feiertag ist! Und ich würde jetzt einfach mal... Im Zweifel bleiben wir dann halt da! Donnerstag 18 Uhr! Donnerstag 18 Uhr! 18 Uhr bis 19.30 Uhr! Oder ich meine, heute haben wir auch eine halbe Stunde länger gemacht! Schauen wir dann halt mal! Wie ihr das von LPT eigentlich auch gewohnt seid! Dass man halt so lange macht, wie lange es Spaß macht! Ich hatte Spaß! Ich auch! Was mit euch? Ja! Total! Schön! Schön, dass ihr da wart! Vielen Dank! Dankeschön! Euch vielen Dank fürs Zuschauen! Lasst gerne noch eine Meinung da auf Twitter, auf Facebook, auf sonst wo! Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche! Genau! Schönes Wochenende! Tschüss! Tschüss!